Oh, die arme Chelsea. Was ist los? Ich hatte versprochen, mit ihr in den Poponen Zirkus zu gehen. Aber ich hab die Tage falsch gezählt und jetzt ist der weg. Autsch. Ja, zuerst wirkte sie, als wär's gar nicht so schlimm, aber sieh doch nur. Es ist so furchtbar. Wow, selbst die Hunde scheinen sie nicht aufzumuntern. Ich muss einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Aber wie stellst du dir das vor? Willst du einen Zirkus veranstalten? Ken, das ist die Idee. Wir machen unseren eigenen Zirkus.